Kapitel 11 der Vorlesung Information Retrieval IR Anwendungen Der Verrat der Antworten Suchmaschinen sollen dazu dienen, Fragen zu beantworten. Und statt wie früher ihre Fragen in Form von Stichwörtern zu stellen, reichen Suchende zunehmend ausformulierte Fragen ein. Dieser Trend wird durch die Tatsache befördert, dass die Technologie zum Anfrageverstehen, die in kommerziellen Suchmaschinen eingesetzt wird, inzwischen so weit fortgeschritten ist, dass selbst komplexe Fragen hinreichend gut interpretiert und verstanden werden können, um festzustellen, welche der indexierten Dokumente relevant sind und sogar, welche Fakten, Phrasen, Sätze oder Absätze eine Antwort auf die Fragen darstellen. Faktenwissen wird aus Wissensbanken wie Wikidata gewonnen und Question-Answering-Technologien ermöglichen den Abgleich von gestellten Fragen mit den Texten der indexierten Dokumente. Im Beispiel wird die Frage gestellt, wie lange Katzen leben. Und die Antwort Googles lautet 15 Jahre. Die Suchmaschine ist sich ihrer Antwort sicher. Das suggeriert jedenfalls die Art der Darstellung als hervorgehobene Box, die über den sonst üblichen Suchergebnissen angezeigt wird. Der Titel der Box sagt cat forward slash lifespan, was an die Darstellung eines Direktorys erinnert. Im Ordner Katze gibt es einen Eintrag Lebensspanne. Darin findet sich die Information 15 Jahre und der Qualifikator domesticated, der einschränkend aussagt, dass sich die Information nur auf domestizierte Katzen bezieht. Angereichert wird die Antwortbox mit einem Symbolfoto einer Katze. Aber was bedeutet dieses Suchergebnis? Pausieren Sie die Wiedergabe, bis Sie eine Antwort für sich gefunden haben. Es handelt sich mit aller Wahrscheinlichkeit um einen Erwartungswert für die Lebensspanne einer Hauskatze. Aber wenn dem so ist, warum steht dort nicht exakt, was die Zahl bedeutet? Weiß die Suchmaschine, was die Zahl bedeutet? Und woher weiß die Suchmaschine diese Zahl überhaupt? Anders als die sonstigen Suchergebnisse, die nach dem üblichen Strickmuster eines Titels, einer URL und eines Snippets aufgebaut sind, mit denen Suchende einen zusammenfassenden Überblick über die gefundenen Dokumente erhalten, ist dieses Suchergebnis nicht mit einem Dokument assoziiert. Es fehlt jedwede Referenz zur Quelle der Information. Es muss sich also um eine Information handeln, die von der Suchmaschine selbst stammt. In der nebengestellten Box stehen noch weitere Details zu Katzen, darunter auch ein Auszug aus dem Wikipedia-Artikel. Allerdings stammt die Information nicht aus dem verlinkten Artikel, in dem heute eine bedeutend differenzierte Antwort zu finden ist. Eine andere mögliche Quelle wäre Wikidata. Allerdings steht in Wikidata auch heute noch 15 Jahre, ebenso ohne einen Hinweis auf die Quelle, wohingegen Google heute eine Spanne von 2 bis 16 Jahren angibt. Ein Intervall, dessen untere Schranke 2 noch mehr Fragen aufwirft. Treten wir einen Schritt zurück. Fragen direkt zu beantworten, ist ein verhältnismäßig neues Retrieval-Paradigma im Information Retrieval. Getrieben durch den Fortschritt im maschinellen Lernen in Bezug auf Sprachverstehen und der Erstellung sehr großer Sprachmodelle auf Basis der umfangreichen Textdaten, die kommerziellen Suchmaschinen zur Verfügung stehen, wurden die vorhandenen Suchschnittstellen so erweitert, dass eingegebene Fragen direkt beantwortet werden, sofern die Suchalgorithmen sich ihrer Antwort sicher genug sind. Direkte Antworten werden besonders hervorgehoben. Allerdings leisten die Suchmaschinen hier immer noch nicht mehr als die Frage, mit ihrer Antwort zu matchen. Im gezeigten Beispiel impliziert die Frage, eingedenk des üblicherweise vorhandenen Allgemeinwissens der Menschen über Katzen, dass eine Zahl an Jahren gesucht ist. Die Wissensbank der Suchmaschine verfügt über eine passende Zahl und so wird sie ausgegeben. Mitnichten hat die Suchmaschine verstanden, worum es geht und was die Zahl bedeutet. Alles, was hier geschieht, ist, dass die Semantik der Anfrage mit der Semantik vorhandener Informationen abgeglichen und die Information mit übereinstimmender Semantik ausgegeben wird. Dies gilt auch für Situationen, in denen zum Beispiel Texte auf Webseiten als Antwort auf eine konkrete Frage erkannt werden. Folgende Beobachtungen können über dieses Retrieval-Paradigma gemacht werden. Bei den Antworten fehlen oft die Quellenangaben, insbesondere wenn sie aus Wissensbasen stammen. Suchende haben damit keine Chance, die Antwort zu überprüfen und insbesondere, ob sie wirklich auf ihre Situation zutrifft. Stattdessen müssen sie entweder der Suchmaschine vertrauen oder weitersuchen. Eine Quellenangabe wäre wünschenswert, allerdings gibt es zahlreiche Situationen des täglichen Lebens, in denen wir ebenso Informationen ohne Quellenangaben erhalten. Zum Beispiel aus den Medien, in Arztgesprächen, beziehungsweise in den meisten alltäglichen Gesprächen, in vielen nichtwissenschaftlichen Sachbüchern, auf den meisten Webseiten. Google ist also in guter Gesellschaft und mit hoher Wahrscheinlichkeit erwartet die Mehrheit der Endbenutzerinnen und Endbenutzer nicht einmal eine Quellenangabe. Es ist umgekehrt, aber nicht ohne Ironie, dass eine Suchmaschine Informationen anbietet, von denen sie nicht weiß, woher sie stammen. Dies wäre teilweise zu verschmerzen, wenn stattdessen zumindest eine Rechtfertigung für die Antwort mitgeliefert würde, was aber bislang nie der Fall ist. Aller Wahrscheinlichkeit nach hat Google keine ausgewiesenen Experten für Katzen unter Vertrag, beziehungsweise Google wird diese Informationen nicht bei Experten für Katzen erfragt haben. Der Modus operandi kommerzieller Suchmaschinen ist, Dokumente aller Art zusammenzutragen und das darin enthaltene Wissen durchsuchbar zu machen. Aus irgendeiner Quelle muss Google daher diese Information erhalten haben. Und da die Quelle nicht angegeben wird, stellt sich automatisch die Frage, ob man Google vertrauen darf, die Informationen nur aus vertrauenswürdigen Quellen bezogen zu haben, sowie, dass sichergestellt wurde, dass sie angemessen akkurat ist. Suchmaschinen können gegenwärtig nicht für Halb- und Unwahrheiten, die ihren Nutzerinnen und Nutzern schaden, zur Rechenschaft gezogen werden, da sie nur als Mittler zwischen Informationsanbieter und Konsument fungieren. Suchende sind ganz allein verantwortlich dafür, ob sie ausreichend informiert sind, ihre Probleme zu lösen. Oder anders ausgedrückt, Information ist eine Hohlschuld, keine Bringschuld. Es ist daher umso erstaunlicher, dass Google und andere Suchmaschinen die Grenze zwischen ihrer gewohnten Mittlerrolle und eigenen redaktionellen Beiträgen verwischen. Die Mittlerrolle setzt eine Quellenangabe voraus, die es Lesern erlaubt, selbst zu prüfen, ob die Information hinreichend ist. Umgekehrt, Zeitungen, die üblicherweise keine Quellenangaben machen, können aus verschiedenen Gründen sehr wohl für das Verbreiten von Falschinformationen belangt werden. Es ist nicht umsonst so, dass Unternehmen wie Facebook sich dagegen wehren, als redaktionell tätiger Verlag eingestuft zu werden. Wie dem auch sei, für Suchende ist das Verfolgen von Quellenangaben bei einer ernsthaften Recherche unerlässlich. Direkte Antworten von einer Suchmaschine zu erhalten und sie als Fakten dargestellt zu bekommen, mag Endbenutzerinnen und Endbenutzer, die sich nicht bewusst machen, dass hier lediglich oberflächlich die Semantik der Frage mit der Semantik der Antwort abgeglichen und eine Übereinstimmung festgestellt wurde, dazu führen, die Antwort für bare Münze zu nehmen. Die Anbieter solcher Technologien geben sich selbstverständlich große Mühe, dass möglichst viele Fragen korrekt beantwortet werden, sodass sich Endbenutzerinnen und Endbenutzer daran gewöhnen, dass ihre Fragen direkt und ohne Umschweife beantwortet werden. Dass die Suchmaschinen aber nur eine unter möglicherweise Dutzenden Antworten geben, fällt unter den Tisch. In dieser Situation könnten die Nutzerinnen und Nutzer dazu verleitet werden, zu glauben, dass es nur diese eine Antwort gebe, dass es sich dabei um die einzige richtige Antwort handelt. Diese Art des Winner-Tags-All, im Sinne, dass die höchstgeränkte Antwort den Nimbus der alleinstehenden Wahrheit für sich beanspruchen darf, steht einer kritischen Betrachtung entgegen. Und da voraussichtlich einfache Fragen leicht gut zu beantworten sind, übertragen Nutzerinnen und Nutzer diese Erfahrung Nolens-Wohlens auch auf schwierige Fragen, zu denen Antworten in der Regel nicht so leicht direkt gegeben werden können. In diesem Zusammenhang verspüren Suchende das Dilemma der direkten Antwort. Sie haben die Wahl einerseits zwischen der Bequemlichkeit, dass ihre Fragen direkt beantwortet werden, und andererseits der Sorgfalt, Gewissenhaftigkeit und Verantwortung, die Richtigkeit einer Antwort für ihre Situation sicherzustellen. Es handelt sich um ein echtes Dilemma. Je mehr man sein Handeln auf direkte Antworten stützt, desto empfänglicher ist man für die Fehler des Systems oder der Personen, die Antworten geben. Und je mehr Sorgfalt man bei seinen Recherchen übt, desto unbequemer wird die Recherche. Die Erfindung und Entwicklung fortgeschrittener Suchtechnologien wie der des Question Answerings ist zweifelsohne ein bemerkenswerter Fortschritt und zeigt deutlich die Leistungsfähigkeit und Technologieführerschaft Googles auf diesem Gebiet. Die Bereitstellung und das Ausrollen dieser Technologie für die gesamte Nutzerschar einer Suchmaschine und im Falle von Google bedeutet dies für etwas weniger als die Hälfte der Weltbevölkerung, zeugt von systemorientiertem Denken. Was macht es mit der Gesellschaft und ihrem Diskurs über kontroverse Fragestellungen, wenn auch schwierige Fragen auf einfache, kurze Antworten angezeigt auf einer Suchergebnisseite heruntergebrochen werden? Diese Frage der Technikfolgenabschätzung ist vollkommen unbeantwortet. Die letzte Beobachtung ist, dass zumindest für manche Suchende die gestellte Frage nur ein Vorwand ist, mehr über einen Sachverhalt herauszufinden. Man könnte hier den Unterschied zwischen Ad-Hoc-Retrieval und Task-basiertem Retrieval ins Feld führen. Beim Ad-Hoc-Retrieval wird nur die Antwort auf eine konkrete Frage bzw. relevante Information für ein Informationsbedürfnis gesucht, wohingegen beim Task-basierten Retrieval eine sich über mehrere Suchanfragen streckende Suchsitzung betrachtet wird. Man könnte also behaupten, dass diejenigen, die mehr wissen wollen, einfach weitersuchen, während alle anderen, die nur an dem Fakt interessiert sind, ja hinreichend gut bedient werden. Das Dilemma der direkten Antwort und die zuvor angeführten Mängel lassen jedoch daran zweifeln, ob dies wirklich eine hinreichende Rechtfertigung für das aktuelle Vorgehen von Suchmaschinen ist. Schon das einfache Beispiel von oben wirft bei genauerer Betrachtung genug weitere Fragen auf. Kein Suchender würde eine gute Rechtfertigung für die gelieferte Zahl ausschlagen. Oder anders gesagt, oftmals will man nicht nur eine klare Antwort auf eine Frage, sondern auch lernen, warum die Antwort so ist, wie sie ist. Kinder spielen häufig das Warum-Spiel, bei dem sie ihren Eltern auf jede gegebene Antwort nur mit der Rückfrage Warum begegnen und darauf aus sind, diese so lange wie möglich zu wiederholen. Dieses Spiel kann man mit modernen Suchmaschinen nicht spielen. Es würde jedoch eine exzellente Variante des Turing-Tests abgeben. Die Frage nach dem Warum eines Sachverhalts wird hingegen gegenwärtig von Suchmaschinen nur unzureichend beantwortet, beziehungsweise es muss ein Webdokument geben, das exakt die Fragen nach dem Warum beantwortet und dieses Dokument muss für eine Folgefrage nach dem Warum erkannt und zurückgegeben werden. Trotz der großen Fortschritte, die bei der automatischen Beantwortung von Fragen gemacht wurden, also dem Matching von Fragen mit potenziellen Antworten im Web oder in Wissensbasen, kratzen wir bislang kaum an der Oberfläche dessen, was nötig ist. Auf die Frage, wie alt eine Katze werden kann, als direkte Antwort einfach nur eine Zahl ohne Kontext und ohne Rechtfertigung zu präsentieren, ist unzureichend. Einem Menschen, der eine solche Antwort geben würde, würden viele sofort die Frage, warum und woher weißt du das, stellen. Da nur den wenigsten die Autorität zugestanden wird, ihr Wissen ohne weitere Diskussionen einfach so mitteilen zu dürfen. Die älteste und am weitesten verbreitete Definition von Wissen lautet justified true belief oder wahre und gerechtfertigte Auffassung. Was bleibt übrig von Wissen, wenn man seine Rechtfertigung weglässt? Eine direkte Antwort ist keine Antwort, wenn sie ohne Rechtfertigung gegeben wird. Stattdessen wirft sie nur viele weitere Fragen auf. Dies ist der Verrat der Antworten an den Suchenden. Wissen, wir sehen uns an den Suchenden. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020